Ja moin, da es in der letzten Zeit ja schon genug Trash auf diesem Kanal gibt, dachte ich mir, ich mach einfach so weiter. Ich hab mir für heute ein Spiel rausgesucht, das nennt sich Garten of Banban. Ist es mit Horror getaggt bei Steam und es ist irgendwie, also keine Ahnung, es sieht irgendwie weird aus und man ist irgendwie im Kindergarten und versucht Freunde zu finden oder so? Da seh ich mich auf jeden Fall. Let's go. Ich hoffe es ist nicht zu sehr Horror, ansonsten wird es jetzt peinlich, ne? Okay, for a parent looking for the missing child. Time is a delicate matter. Click the clock to advance time. Achso, das soll ne Uhr sein. Okay, ich muss mir direkt mal ein bisschen leise machen, ist ganz schön laut. Okay, du vermisst das Kind, ja? Okay. Aha. Sollte vielleicht die Kamera kleiner machen, Moment. Nen! Ui! Oh mein Gott. Boote, Boote, Boote! Ja, süß! Okay. Kann ich hier irgendwas? Hä? Also ich bin mir fast sicher, ich hätte gerade davon die Diskette nutzen müssen, aber ich kann nicht interagieren. Das Problem, irgendwie funktioniert diese Interaktionstaste nicht. Oder Stand E. Achso, vielleicht soll ich das da reinpallen. Ich bin Devi, ich verdiene mein Geld übrigens mit Videospielen. Boah, ne Drohne! Ganz normale Sachen, die man halt im Kindergarten macht. Wie werde ich den Zettel wieder los? Okay. Ich finde dieses Spiel sau-creepy bis jetzt. Oh. Habe ich mich... Warum habe ich mich dazu... ...entschieden, das zu spielen? Kann ich damit die Knöpfe bedienen? Was kann ich denn jetzt mit dem Ding machen? Oh! Hä? Hä? Ah! Ah! Jo! Wie? Wie denn? Bip, bip! Sollst du es anmachen? Ja? Damn! Okay, vielleicht hier auch noch? Toll! Hi! Na? Lieg mal da rein. Geh du mal vor, Drohne! Wee! Wee! Gott. Das ist creepy, Mann! Oh, Gott! Nee, Mann! Das ist richtig creepy. Oh, mein Gott! Das ist... The end is here. Oh, mein Gott! Bun Bun says, sharing is caring. Your Pancreas is mine. Ah! Ich soll hier rein. In die Naughty Corner. Aber... Okay, warte mal. Komm mal... Hier hin. Jetzt da hin. Wir gehen jetzt ganz vorsichtig in die Naughty Corner. Was? Passt du nicht hier rein? Okay, ne? Oh! Oh, mein Gott! Ist richtig? Ist das falsch? Was mache ich hier? Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich habe Angst. Okay, das war nicht richtig. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gemacht habe. Oh, Mann. Captain Fiddletail... Uga, buga, buga, uga. Okay, cool, 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 ja. Willst du mich doch verarschen, oder? Alter, wie creepy ist denn das bitte? Das ist der unheimlichste Kindergarten, den ich je gesehen habe. Und ich war schon in einem Kindergarten. Vor 30 Jahren. Opila Bird is unbelievably hungry. Feed it 6 eggs to get your prize. Eins. Zwei. Oh, Gott. Warum ist denn auch die Soundkirche so ekelhaft? Das ist ja widerlich. Ich sterbe. Mann, warum mache ich das? Sind die Eier größer? Das ist wie ein Riesenei. Oh, ne, in der Rutsche ist nicht auch eins, oder? Oh, ne, da ist ein Ei in der Rutsche. Och, nö. Äh, bei wie viel war ich jetzt? Drei? Ich glaube, drei. Oh, ich will nicht rutschen. Oh, mein. Passt nicht in die Rutsche rein. Aber da war noch ein Ei in der Rutsche, oder? Hier? Über die noch ein Ei am Schaukeln? Okay. Okay. Oh, vielleicht kann ich auch immer nur eins auf einmal tragen. Fünf. Okay, komm. Rutsch ein Ei. Da ist doch eins, oder nicht? Da ist ein Ei. Komm mal her, Drohne. Lieg mir bitte dagegen. Dagegen. Ah. Okay. War noch sechs, oder nicht? Oh. Ich dachte schon. Gelbe Karte. Boah, ey, dieses Spiel macht mich gerade fertig. Oh Gott, ich danke. Okay. Roni, komm her. Knopf. Distraction at one. Äh. Warum ist das Licht da wieder aus? Kindness is free, so sprinkle it everywhere. Okay. Ja, hier brauchen... Okay, wir brauchen... Wir brauchen lila und rot. Hm. Da ist rot. Oh. Ah. Ich kann mit dem Hammer... Finger hier lösen. Okay, das hat nicht ganz geklappt. Als ob ich da jetzt runterspringe. Was ist denn das für Fußabdrücke? Was ist das denn? Oh Gott, das ist das creepy. Was? Oh. Ah. Rot. Oh oh. Irgendwas verkackt? Verdammt. Oh nein. Gibt es davon denn ein... Nee, Guide will ich nicht. Gibt es eine Shop-Seite? Ha! Ja. Gleifchen ist weiß, okay. Du bist pink. Okay. Okay. Gleifchen. Ach, mein... Ähm... Oh mein Gott. Ich bin zwei in den Augen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das... Oh mein Gott. Gleifchen. Oh. Oh. Hallo. Ich würde gern mitfahren. Komm hier nicht rüber. Hier geht es nicht weiter. Hey. Mama. 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 Ha 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 ha. Traust du dich nicht, oder was? Los, Troni. Greif an. Troni. Greif mal den Button an. Wie creepy der ist. Oh mein Gott. Nein. Nein. Gebe. Dich hoch. Oh, ist das ekelhaft. Aber cool. Drooni. Bist du bereit? Okay. Lass ihn den Piepen, als wir jetzt fahren. Wer droht? Oh Gott. Wer droht? Nein. Ich seh dich. Hauf. Komm nicht hin. Den Knopf nicht getroffen. Schneller. Mach doch. Oh mein Gott. Drooni. Lass mich nicht im Stich. Okay. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob er hinter mir ist. Ah, da ist er. Ich sehe ihn. Ich komme hier nicht durch. Warum komme ich hier nicht durch? Hallo? Nein. Okay. Ich hätte da vorne den Knopf aktivieren müssen. Roni, wir schaffen das, okay? High five. Und er kann noch von der Plattform aus angreifen. Okay. Aber diesmal bin ich schneller. Ach nee. Okay, ich bin nicht schneller. Ah. Oh mein Gott, ich... Er ist gestorben. Okay, nee. Irgendwas passiert da hinten noch, glaube ich. Weiß es nicht. Oh mein Gott. Oh. Ich sterbe. Boarding Pass. Boarding Time. Ich freue mich nicht, mein QR-Code zu benutzen. Vielleicht habt ihr es ja getan. Wait a minute. Was muss ich mit dem Boarding Pass machen? Was muss ich mit dem Boarding Pass machen? Was hat sich geändert? Okay, vielleicht nochmal den Anfangsraum? Oh. For you. Cool. Das gehört, als wäre irgendwas sehr Großes umgefallen. Okay, warte. Ich habe das Ding da nicht betätigt. Ich vollhorst. Vollhorst. Dumm. Oh, ich glaube ich. Warte erstmal. Will nicht. Kann das nicht. Nee. Nee. Kann ich erstmal ein Stuhl... Oh mein Gott. Boah, ein Schisser. Das gibt es nicht. Oh mein Gott, ist das wirklich... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Sterbe. Will das nicht. Nee. Oh Gott. Oh, Mann. Oh, Mann. Nee. Hä? Aber ich bin noch gar nicht durch die richtige Tür gegangen. Mir fehlt eine Tür. Ich meine, ich hatte ja rot und blau. Aber ich... Ja, gut, das leuchtet einfach nur blau. Ich habe keinen Pink. Keine Ahnung, wie ich Pink bekommen könnte. Vielleicht hätte ich dafür nicht sterben dürfen oder so. Es ist so etwas wie ein Bad Ending einfach gibt. Und ein Good Ending. Gut. Ich bin tausend Tode gestorben. War super. War super. Vielleicht google ich das Ergebnis einfach lieber. Ja, das Spiel ist for free auf Steam erhältlich. Ich vermute, es hat verschiedene Endings. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, ihr habt euch mit mir gegruselt. Gucken wir jetzt erstmal einen Disney-Film zur Beruhigung an. Ich bin echt ein Schisser. So... Bye. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020